Einer der Schätze, die ich mega liebe, ist es, Leiter aufs Herz zu nehmen und dabei zu erleben, wie Gott uns immer tiefer in Kontakt bringt mit seiner Liebe für Leiter. Diesen Schatz liebe ich mega und ich glaube, es ist einer der kostbarsten und wichtigsten Schätze, wenn wir für Leiter beten. Und dabei ist es so, so genial, dass Gott schon alle Voraussetzungen geschaffen hat, dass wir seine Liebe empfangen können, weil die Wahrheit ist ja auch, dass seine Liebe schon ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns von Gott gegeben ist. Der Herr selbst ist es also, der uns mit seiner Liebe für die Leiter beschenkt und wir dürfen aktiv Empfangende sein. Wenn ich neuen Leiter im Gebet dienen darf, dann ist eines der ersten Dinge, die ich mache, ist es einfach zu beten, dass der Herr mein Herz weitet, diese neuen Leiter auf mein Herz zu nehmen und dabei tief in Kontakt zu kommen mit Gottes Liebe für die Leiter. Und ich kann euch eines verraten, der Herr liebt es, diese Gebete zu erführen. Leiter aufs Herz zu nehmen, bedeutet auch ganz einfach, die Leiter kennenzulernen. Oft denken wir dabei als erstes, Leiter im Persönlichen oder im Natürlichen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ein Weg und ein mega kostbarer Weg, aber es ist nicht die Voraussetzung, um Leiter kennenzulernen und vor allem mit Gottes Liebe zu sehen. Denn wir können die Leiter und ihre kostbaren Berufungen im Geist erkennen. Das ist so genial. Jemanden im Geist zu erkennen, heißt also nicht, ihn einfach nur im Natürlichen kennenzulernen, wobei eben auch das total kostbar ist, sondern das Neue, die neue Identität in Christus und die Berufung in Christus auf den Leitern zu sehen und das total wertzuschätzen. So wie Paulus auch sagte in 2. Korinther 5, 16-17, Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist so genial. Ich liebe das total, Leiter im Geist zu erkennen und dabei ganz, ganz tief mit Gottes Liebe, seiner Vision und seinem Glauben in Kontakt zu kommen. Und der Herr liebt es auch sehr, uns die Leiter im Geist zu zeigen und ihre Berufungen zu zeigen. Ich glaube, ein Schlüssel hierbei ist es einfach, Gott zu bitten, dass er unsere geistlichen Augen öffnet, dass wir sehen, was er sieht. Ich liebe das total, wenn ich anfange, für neue Leiter zu beten, ihn ganz am Anfang mir einfach Zeit zu nehmen, ihn zu fragen, Herr, wie siehst du die Leiter? Was hast du an Berufung auf ihre Leben gelegt? Und allein das, wenn man in Kontakt kommt mit dem, boah, was hast du an Berufung auf die Leben der Leiter gelegt, das setzt so viel Glaube frei, das setzt so eine Freude frei, für Leiter zu beten. Wenn es euch möglich ist, Leiter im Persönlichen kennenzulernen und mit ihnen in Kontakt zu kommen, dann ermutigen wir euch sehr, das auch zu tun, weil wir ja genau glauben, dass Gott hat vertrauensvolle Beziehungen zwischen Betern und Leiter. Aber selbst wenn das nicht möglich ist, dann haben wir heutzutage so viele Wege und Möglichkeiten, um Leiter kennenzulernen, selbst wenn wir sie nie live sehen. Sei das, man geht auf ihre Webseite, kann sich die Vision von ihrem Dienst durchlesen, kommt dabei total in Kontakt mit dem, wofür ihr Herz brennt, was sie an Berufung tragen. Vielleicht findest du eine Predigt, ein Lebenszeugnis auf YouTube, irgendeinen Artikel über die Leiter. Da haben wir so, so viele Wege und Möglichkeiten, das ist echt total genial. Und ein Schlüssel dabei ist auch zu erkennen, es geht nicht darum, einfach Wissen über die Leiter anzuhäufen, sondern dass wir totalen Glaube haben, dass wenn wir uns beschäftigen mit dem Leben der Leiter und sie tiefer kennenlernen, dass dadurch auch die Liebe zu ihnen zunimmt. Und das ist das Entscheidende.